Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Die Himmelsbotschaft des heutigen Tages am 3. Oktober 2017 Viele Menschen möchten ein klärendes Gespräch zu führen. Dieses Gespräch führt zu Missverständnissen, führt sogar zu Enttäuschungen. Heute sollen wir zuhören, aber nichts dazu äußern. Eher zurückhaltend sein und schweigen Ein klärendes Gespräch ist erst in den kommenden Tagen möglich. Heute können wir mit einer Überraschung, mit einer Einladung oder mit einem Geschenk rechnen. Kann auch bedeuten, dass wir überraschen jemanden oder überreichen wir ein Geschenk oder wir laden jemanden ein. Heute ist wichtig, unsere Träume, Sehnsüchte, Wünsche wahrnehmen und es auch erlauben, weil da liegt die Glück und das schenkt uns Lebensfreude. Heute ist wichtig, die Beziehung in Ordnung bringen, klare Entscheidungen treffen und hier ein dritte Person hat keinen Platz. Also wir sollen nicht erlauben, dass eine dritte Person sich auf unsere Beziehung sich einmischt. Möchten Sie gerne Ihren persönlichen täglichen Himmelsbotschaft erfahren, dann können Sie als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert ein Blitzberatung und was kostet es? Die Blitzberatung funktioniert schriftlich. Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung.at.denderasusannamedici.com Alles zusammengeschrieben und kleingeschrieben. Stehen Sie vor eine Entscheidung, dann ist ein guter Rat natürlich Gold wert. Können Sie auch als Blitzberatung buchen. Oder betrifft es den Alltag und Sie haben Fragen, wie zum Beispiel Liebt er mich noch, kommt er zurück, sehe ich ihn am kommenden Tagen, kann ich meine Freundin vertrauen, soll ich diese Arbeit behalten, bekomme ich Kündigung, bekomme ich die neue Arbeit, soll ich mich umziehen, soll ich diese Schulung machen, soll ich dieses Kleid kaufen und, und, und. Diese Fragen zu beantworten ist nicht zeitaufwendig, also läuft auch als Blitzberatung. Ich werde Ihren E-Mail natürlich persönlich blitzschnell beantworten. Jede Frage oder jede Botschaft, weil das gehört natürlich auch dazu, die Himmelsbotschaft, die persönliche Himmelsbotschaft nachfragen, also pro Botschaft, pro Frage kostet 10 Euro. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.